Was geht's, Freunde? Euer Lieblingshut Kiro ist wieder back am Start und heute habe ich eine Challenge gegen Hanlink. Wir spielen erst hier auf Hypixel die Mega-Dropper und gehen danach als finales Battle in die OG 1.5-Dropper-Map rein und schauen, wer von uns beiden schneller ist. Was sagst du, Alter? Mir schwindelig, ich habe mich so viel gedreht. Oh nein! Hallo Leute, let's go! Wir machen das, Junge! Bei Dropper wollen wir jetzt erstmal unter die Top 3 kommen, das ist die Challenge. Mal schauen, wer das von uns irgendwie erreichen wird. Das sind so viele Spiele. Oh, wir haben eine volle Lobby, es geht gleich richtig los, Freunde! Lasst jetzt schon mal einen dicken Like da! Ich lasse einen Dislike da. Oh, oh, es geht los, es geht los. Kennst du ein bisschen einen Dropper? Kennst du dich damit noch aus? Ich? Nee. Oh Gott. Okay. Also ich kann mich an die OG-Maps von früher erinnern. Ich habe das hier aber einmal nur gespielt, tatsächlich. Okay, schwierig, also... Ich bin wirklich nicht so gut in Dropper, aber ich werde mein Bestes geben. Oh mein Gott. Oh, 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 ich habe die erste Map geschafft! Hey, Bro, das war eine von ein Kriegsten entfernt. Die zweite Map ist ja ultra leicht. Wieso ist die zweite so leicht? Ja, das hatte ich auch hier letztes Mal. Da war die zweite viel leichter. Oh nein, das ist ja übelst verwirrend hier. Oh, ich bin drin, ich bin drin im ersten. Okay, let's go. Sehr gut, sehr gut. Nein, ich lande die ganze Zeit auf dem Flugzeug. Ich hoffe, ich kriege gleich den Skip-Button. Man kann das skippen, das Modul? Ja, ja, safe. Ja, ich kann es überspringen. Let's go. Was ist das hier? Wo muss man hier landen? Hä? Ah nein! Das ist eigentlich relativ easy. Oh, ich bin so dämlich. Oh nein. Oh. Äh, ich habe es vergessen. Das ist wohl unter so einem Auto, wo man da jetzt landen muss beim nächsten. Oh, das wird nichts mit Top 3, Alter. Das wird ja sowas von gar nichts. Das ist ein Skip-Button, ich will auch. Ah, jetzt. Ja. Ich glaube, ich muss die Shade ausmachen, ich sehe das Wasser gar nicht richtig. Wo ist das Wasser? Oh, 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 ich habe das andere direkt geschafft. Instant, first try. Oh mein Gott. Ich mache jetzt die Shade aus, ich sehe das Wasser gar nicht. In meinem letzten Modul, Bro. Okay, das ist doch gar nicht mal so einfach, wie man denkt. Äh, da, wenn man ganz reingezoomt runterfällt, dann fühle ich das voll komisch an. Ja, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Let's go. Ich bin Top 3 geworden. Ja. Nein. Platz 3. Alter, wie. Ich habe es einfach nicht. Es ist jedes Mal ein Block. Bro, ich schaue euch jetzt hier gerade noch zu. Das ist ja mega spannend. Ah, jetzt schaue ich es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Muss ich in das Portal gehen? Ja, ja, logisch. Ich habe es. Let's go. Du bist Platz 4. Ja, ey, wir sind voll gut in der Dings, ja. Wir sind richtig gut gewesen eigentlich. Wollen wir nochmal eine Runde versuchen, wo wir beide in Top 3 reinkommen? Ey, ey, ich werde mir versuchen. Lass machen. Ja, es wird richtig anstrengend. Aber ich bin gespannt. Die Lobby ist wieder voll. Jetzt versuchen wir, Platz 2 und 3 zu werden oder 1 und 2 zu werden. Mal schauen, ob wir das schaffen. Je nachdem, wie schwer die Map gleich wird. Bist du hyped oder was? Ich würde sagen, wir machen Platz 1 und 1. Stell dir vor, wir würden gleichzeitig reinkommen. Ja, okay. Wenn wir hier das machen, ist ja krass. Oh mein Gott. Das sieht leicht aus. Das sieht übelst leicht aus. Nein, nein, nein. Da kommen noch Regenhaken. Ist da noch. Au. Ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Das ist ja... Was ist das? Toller Haken. Ich fühle mich echt verarscht, Junge. Oh nein, das ist die... Nein, nein. Aber wir wissen ja jetzt schon, wie es geht. Das ist easy. Ja, ja, das ist easy. Let's go. Let's go. Let's go. Speed run. Speed run. Alter, wir rasieren. Was ist das? Was ist das? Oh, die Map ist schwer. Oh, die ist schwer. Oh nein, nein, nein. Die ist nicht schwer. Die ist easy. Warte mal. Oh mein Gott. Ist okay, ist okay, ist okay. Aber ich finde die... Oh nein. Ich war außer dem Elementar. Oh, verdammt. Wo fällt man am besten runter? Ah, ich habe eine super Strecke gefunden. Ja, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Nein. Was? Dieser Sifro ist schon fertig. Platz 1 ist schon weg. Okay, wir müssen Platz 2 holen. Nein. Was? Platz 4. Äh, äh. Okay. Ich habe es... Na, Junge, ich fühle mich gerade so verarscht. Okay, das letzte Level ist krass. Wie hat der das so schnell gemacht? Der spielt ja den ganzen Tag nur Dropper. Okay, ich bin durch. Ich bin durch. Oh, was ist das für ein komischer Change hier? Dieses letzte ist gar nicht mehr in der gleichen Range. Nein. Ach, Mann. Oh, Platz 3 wäre aber noch offen gewesen. Ich habe es niemals geschafft. Ich hätte das niemals geschafft. Handel, wir versuchen das jetzt nochmal, Platz 1, 2 und 3 zu werden. Alle drei. Ja, okay. Es geht ab. Ich hoffe, wir haben jetzt eine relativ leichte Map noch, dass wir das ausschließen können. Ich habe auch easy gewartet. Ich habe auch easy. Ja, sehr, sehr gut. Wenn das nichts wird, dann gehen wir einfach zu der OG-Map. Oh, mein Gott. Ja, okay. Nein, nicht nochmal. Also, wenn ihr nicht First-Trice schafft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das sage ich dir. Das ist fake. Du musst einfach nur in der Mitte stehen bleiben. Bist du auch. Zack, direkt durch. Ne, das ist anders. Das ist anders. Wobei, ich glaube, das ist easy. Oh, Alter, ist voll easy. Ja, ist easy. Easy, easy, easy. Nummer drei, let's go. Was ist das? Nummer drei. Oh nein. Ist das ein Loch in der Mitte? Das sind UFOs. Ich dachte auch zuerst, da ist ein Loch in der Mitte. Das ist wohl gescanft. Das sind Brause-Ufos. Nein. Ah, ich sehe das aus da. Oh, das ist ja an der Seite, Digga. Das ist ja übelst leicht, die Map. Lol. Lässt sich nur verwirren. Ach, hier. Ach, Digga, ist das easy. Das ist ultra easy eigentlich. Okay, ich bin schon mal mapiert. Oh, oh, ne. Let's go. Wobei, auch easy. Nein, das ist die letzte Map. Die letzte Map ist nicht machbar, Digga. Wieso? Die ist viel zu schwer. Ey, Digga, ich bin so schlecht. Ich schaffe das gerade gar nicht. Warum? Warum ist das die letzte Map? Das ist immer so schwer. Ja. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Möchte ich zweiter? Oder dritter? Ach, Junge. Aber damit wäre, glaube ich, entschieden, das Hypixel Dropper. Auf jeden Fall, dass ich auf Platz 1 zwischen unseren Battle gerade stehe. Deswegen, jetzt gucken wir uns definitiv noch an. Also, das sind jetzt moderne Dropper-Maps gewesen. Bin ich relativ interessant vom Design. Und ja, viele von euch kennen vielleicht gar nicht die OG Dropper-Map von der 1.5 Minecraft-Version. Deswegen bin ich da auch designtechnisch sehr, sehr gespannt, ob sie euch besser gefällt als die moderneren. Ich glaube auch, dass diese OG-Maps definitiv einfacher waren. Aber von der Kreativität waren sie definitiv besser. Deswegen, wir switchen jetzt direkt zu der 1.5 Dropper-Map. Jetzt ist es soweit. Wir sind hier bei dieser 1.5 Dropper-Map. Ihr checkt mich, wie krass das ist. Wo ich ein Kind war, habe ich das... Oh, Junge, er macht Backbleed. Warte, wie macht man das? Warte. Mach auch was. Oh mein Gott, der kann es auch. Wie krass. Junge, ich habe das damals... Da war ich noch so ein Kiddy. Da habe ich das geguckt. Ja. Geil. Guck mal, wie OG das ist. Das ist richtig OG. Wie schlecht das gebaut ist. Ja, das sieht richtig kacke aus. Guck mal, hier so die Schilder und so. So richtig schlecht. Egal. Guck mal, wie schlecht man ganze Roboter kaputt macht. Ich habe gegen die Rule... Du hast gegen die Rule verstoßen. Dann ist Edgar. Edgar. So, warte mal. Wir machen hier Set Spawn. Ich glaube, du durfst da am besten auch mal. Machen wir Tag. Ja. Hier ist Level 1, Madness. Und ja, gehen wir einfach mal rein. Let's go. 3, 2, 1. Und, und, und. Yippie. Es geht los, es geht los, es geht los, es geht los. Joink. Mein Diaf. Ach, man, ach, man muss ja Diaf. Ja, ich habe den geklaut, man, du Loser. Hey, werd nicht angreiflich jetzt. So schön sah das aus hier, ne? Holy. Das Level ist natürlich ultra simpel, so, von der Schwierigkeit. Aber es ist halt kreativ. Und das ist hübsch. Oh, warte. Du kannst hier deinen Dinger rein saven, deine Dia. Richtig, ich meine erster Dia, Digga. Mal schauen, wer am Ende mehr Dias hat. So, Set Spawn, Set Day. Wie wir jetzt fragen müssen, ich habe das voll vergessen, Mann. Da drüben, da drüben ist Checkpoint. Checkpoint? Ja, wenn man nochmal zu der anderen Map zurück möchte. Ah, das ist auch kreativ gemacht, das ist gut. Ja, also diese Gänge, wie die so miteinander verknüpft sind, das ist halt mega, mega lustig gemacht. Nein, komm hierher. Was ist das hier hinten? Ja, aber was ist das? Guck mal. Da kommt man auch irgendwie. Die ist eine Leiter. Hey? Ich glaube, wie creepy ist das? Ich glaube, das ist der manuelle Weg. Das ist mies creepy, Junge. What the hell? Wir haben so eine Star Wars Map hier. Ich habe noch irgendwie Nachtsicht gehabt oder so. Ne, egal. Okay, drei. Let's go. Let's go. Oh. Ey, die ist viel kreativer, diese Map. Zack. Aber wo ist das Ding? Junge, das ist verloren für. Du kennst die Map schon auswendig. Ich kenn sie. Das ist natürlich, das ist OG, Digga. Boah, das ist eine richtig coole Map. Ich glaube aber tatsächlich, dass das hier so ein bisschen kaputt ist, die Map, weil ich glaube nicht, dass das so da unten sein sollte, weißt du? Kann sein. Wie hat der das denn gebaut, dass die Blöcke so sind? Ach so. Ne. Hä? Das gab es auch noch damals gar nicht. I don't know. Von der Schwierigkeit, von der Dauer dieser Map ist crazy. Also die sind echt zu kurz, die levelieren gar nicht schwer. Das ist krass, oder? Mir gefällt das mega. So, Level 3. In the middle. Let's go. Bro, die sind überhaupt nicht schwer. So geil. Aber es ist einfach geil. Nein, 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 nein. Ich will die ja... Moment, Moment, du hast recht. Nein, nein, nein. Er hat dir das nie, verdammt. Wir gehen trotzdem durch, Mann, du Lüser. Oh, die Maps sind aber gar nicht schwer. Bis jetzt noch nicht. Ne, ich hoffe, da kommt noch was Schwierigeres. Wollen wir da um die Ecke gucken, was da ist? Joki. Das ist noch nichts. Wasserflaschen. Okay, dafür. Checkpoint. Tschüss, ich bin Scherz. Nein, ey, du Cheater. Ich bin Scammer. Scammer. Okay, okay, okay. Oh, das ist übel kreativ hier. Ich ziehe dir trotzdem den DIA ab. Das ist so unfair, dass du das kennst. Ich weiß nicht, ob der hier ist. Oh, oh. Warte, ist er aber. Nein, nein. Nein, da hat er ja einfach gejoinkt. Guck mal. Das ist super hübsch. Braucht das und so. Ey, Bro, that dead. Also die Maps sind total einfach, aber wirklich viel schöner. Ist hier irgendwas drin noch? Ist so kreativ so. Oh mein Gott, guck mal, was hier drin ist. Backrooms. Oh mein Gott. Dreh dich mal um. Jimmy. Es war die ganze Zeit ich, der mit dir gespielt hat. Gib mir sofort deine Diamanten. Äh, ich hab sie in meine Endergest, ich kann sie dir nicht geben. Bedrohe mich bitte nicht. Wir holen sie gleich. Oh, ich muss sie weg von Jimmy. Ich hab die ganze Zeit mit dir gespielt. Nicht Harnling. Oh mein Gott, ich muss weg von Jimmy. Bleib stehen, du Sau. Oh nein, ich kann nicht mehr sprinten. Er sieht mich hier nicht. Er spielt sofort deine Diamanten. Er sieht mich hier nicht. Alter, was ist passiert, Kiro? Oh, egal. Wollen wir die nächste Map machen? Sport. Ist das hier wichtig? Ja, 5. Das ist wichtig. Man muss den Hebel drücken und alle Knöpfe oder so. Nee, nee, nee. Das ist kein Cheatcode. Und... Platsch. Das ist aber eine coole Map. Ich muss mir nur gucken, wer als erster den Dia hier bekommt. Und... Weißt du, wo der Dia ist? Ja. Ah, das ist ein Mega-Fair. Hä, wo ist der Dia? Hast du den? Ich habe ihn. Wo war der? Da oben. Müll. Komm mit jetzt. Kann ich mehr sprinten. Warte mal, warte mal. Hörst du das? Was denn? Oh, der Minecraft-God. Der Minecraft-God will uns Steaks droppen. Ah. Ah. Oh. Oh. Was? Ist das schlecht, Digga? Ah. Ja, Dia saved. Ich habe schon mal drei Stück. Sehr gut. Zack. Save. Hey, du hast drei. Ich habe zwei. Ja, das wird ein knappes Battle, glaube ich. Deswegen, tschüss. Wofür dann? Könntens. Wofür gibt es denn die anderen Knöpfe? Ich weiß es nicht. So, hier habe ich gar keine Ahnung, wo die Kiste ist. Oh, die Map ist übel geil. Das ist wie diese TTT-Map von früher. Weißt du noch? Ja, ja, ja. Ich weiß es. Das große Kinderzimmer ist übel geil. Guck mal, wie viel Müll man sich hier eigentlich machen muss. Ja, mega. Aber wo ist die Kiste? Ja, ist das eine gute Frage. Ich glaube, definitiv nicht da unten irgendwo. Wo könnte die Kiste sein? Schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt es wirklich in die Kommentare, wo ihr vermutet, dass die Kiste ist. Da ist eine Treppe. Man kann doch wieder hoch, wenn man runtergesprungen ist. Dann ist die Kiste bestimmt hier irgendwo. Die ist irgendwo in dieser riesigen Map, Bro. Oh, ich sage dir, wo sie ist, die ist hundertprozentig im Mülleimer. Ich call das, weil da ist ein Eingang im Mülleimer. Ja, da ist sie auch. Da ist sie auch. Ich sehe sie. Nein. Nein. Du hast ihn einfach. Oh, jetzt haben wir Gleichstand, Digga. Das wird ja richtig gruselig. Die nächsten Maps werden meine sein. Ich cheat jetzt einfach, weil du da hinten noch bist. Renn dich jetzt ganz schnell ins nächste Level. Ich renne. Oh, das ist so unfair. Das ist richtig unfair. Ich renne. I run. I have a new Brille. Mann, die sind viel zu einfach, diese Maps. Das ist aber so cool. So, Set Spawn, schnell, schnell, schnell. Ah nein, das ist die kaputte Map. Die müssen wir skippen. Ey, Kiro, ich habe die Map doch geschafft. Aber nicht so, wie sie gemacht werden sollte. Ja, aber ich habe es dir geschafft. So, was haben wir hier? Level 8. Was ist das? Oh, let's go. Einfach Speedrun. Nein, warum ins Klo, Bro? Ins Klo? Hä? Ja, Skill Issue. Die sind viel zu spät erschienen. Skill Issue. Hier ist Josef. Wo ist hier die Kiste? Wo ist hier die Kiste? Ja. Ich habe die, die ja. Ach, Junge. Schaffst du's? Weil hier Josef lebt. Aber auch nochmal hier so appreciaten einfach dieser. Die haben einfach pinkes Toilettenpapier. Nicht töten. Oh, ich kann das nicht mit ansehen. Ich gehe jetzt. Checkpoint öffnen. Zack. Kiro. Bro. Hier haben wir Step by Step. Ey, warte mal, sind wir fertig? Nein. Step by Step. Step by Step. Was steht hier? Try to land on the Web. Gar nicht steht hier. Junge, ich sehe nichts. Skill Issue. Warum sollte ich denn auf dem Web landen? Ist das nicht übel nervig? Nee, geht schon. Okay, dann lande ich jetzt auf dem Web. Komm hier, Step by Step. Oh, ich sehe gar nichts, Junge. Dann mach hier. So, Step by Step. Wo ist denn? Das ist da unten. Hey, wo ist, wo ist, wo, Kiro, wo? Oh, was, wo? Wo sind die Copwebs hier? Ich sehe gar nichts, Bro. Nichts sehe ich. Ich sehe eine Reflexion von meinem Ding. Aha, jetzt, okay, jetzt sehe ich was. Okay. Sehr gut. Wo sind die Copwebs, Kiro? Willst du mich verarschen? Ja, die sind halt klein und weiß. Sag, wo bist du da gelandet? Ach, Mann, die Map ist blöd, Digga. Du kannst den Diamant gerne haben. Ich hole ihn mir. Ich hole ihn mir. Die Map macht keinen Spaß, sage ich dir. Ich habe den Dia. Ja, tp mich zu dir, Minecraft-God. Ja, die Map hat keinen Spaß gemacht. Da hat ergeben, 5 Minuspunkte. Also, ist schon kreativ, aber das macht keinen Spaß, das sage ich dir. Nix 5 Minuspunkte. Komm, 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 komm. Let's go. Da muss der richtige Zug erwischt werden eigentlich. Aber die Map ist auch kaputt. Kommt in die hier? Nein. Oh, Schnorrer. Oh, Schnorrer. Hell. Level 11 ist die Hölle. Wir sind die Höllenkrieger. Oh, die ist aber schwer, Mann. Warum fliegen sie so schnell? Die ist wirklich retalk richtig hart. Die ist schwer jetzt endlich mal. Aber wie so falsch? Alter, fällt man irgendwie schneller als normal? Oder bin ich das nur? Äh, weiß ich nicht. Das kommt mir so voll schnell vor. Ich habe gar keine Zeit zum Reagieren. Oh, die haben es geschafft. Nein, 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 nein. Oh, nein. Ah, Digga. Ich bin auf diesem Schnitzel gelandet. Ich habe es gesehen und ich habe den Dia. Let's go. Nein. Die Map ist übel schwer. Oh, ich habe es geschafft. Ja, du hast den Dia schon. Du hast den Dia schon sechs Stück. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, mein Gott. Das nächste Level heißt Death, Kero. Das kann nicht gut werden. Lass reingehen. Hui. Äh, was soll das denn? Oh, das ist dieser Skelett. Der gefällt mir am meisten. Oh, äh, nee. Hä? Nee. Oh. Hä? Der ist richtig cool. Ja, okay. Ja, ist aber funny, dass man direkt auf einen Einmalblock fällt. Oh, nein. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Der Name ist Programm bei der Map hier. Ja, ich habe den Dia. Uhu. Wir gehen auf den Rummelplatz. Wir gehen auf den Rummelplatz. Jetzt können wir gleich das Skelett von oben anschauen. Das sieht so cool aus. Wie lange muss der da dran gesessen haben? Das ist so kreativ. Bleibt bis dahin da dran, um es herauszufinden, wie das Skelett von oben aussieht. Boah. Lass mal gleich einen Screenshot machen hier so. Ja, okay. Das ist cool. Guck mal, was er in der Nase anstellt. So, wir machen jetzt einen Screenshot hier. Ich habe zwei gemacht, zur Sicherheit. Man muss im Tiefel Wasser flaschen. Weiß ich nicht. Egal, lass weitergehen. Oh, was haben wir hier? Ja, optische Illusion. Schau mal, lieber. Äh. Ich habe doch keinen Spawnpoint. Der Minecraft-Gott wird dich bestimmt teleportieren. Ich glaube es für ihn. Oh, warum sind die Kisten denn da oben? Was passiert denn hier? Das sind die... Nee, Wasserflaschen. Wasserflaschen. Nö mal, Level 13. The Bedroom. Ey, das ist ja mega cool gewesen. Das ist ja mega geil gewesen jetzt. Look for the webs and the vines. Follow the pumpkins. Yay, Wasserflaschen. Was soll das? Dem Bray geht es gar nicht gut, sag ich dir ehrlich. Und los geht's. Ähm, was? Los geht's. Wie, wohin denn? Was muss man schon wieder in die Web? Den Kürbissen folgen. Oh, okay. Ich glaube, hier gibt es mehrere Wege tatsächlich. Ja, okay, kann sein. Man muss nur den einen für sich ausfinden. Diese Wasserflaschen machen nicht so fertig. Ich weiß auch nicht, was der für eine Wasserflaschenpsychose hat. Safe. Darauf erst mal einen Schlucki trinken. Darauf erst mal einen Schlucki. Och, Mann. Cobwebs. Wo bist du? Und manche von diesen Wasserflaschen kann man gar nicht stacken. Wasserflaschen kann man generell nicht stacken. Aber die anderen ja schon. Oh, ich bin schon. Skilly Shoe. Moment. Mir fällt gerade auf, dass wir in einem Kinderzimmer upside down sind. Hier ist der Stuhl. Ich bin gerade... Wo bin ich gerade? Auf dem Tisch. Beziehungsweise unter einem Tisch. Da ist ein PC. Ich bin gerade auf dem Gaming-Setup, Alter. Oder unter dem. Das ist so cool gebaut, Digga. Das ist... Ach, Mann. Warum können die Maps mittlerweile nicht mehr so kreativ sein? Boah, es ist auch so cool. Hier mit diesem Schimmer, Schein, wie auch immer. Zack. Oh, ich sehe hier aber keine Kiste. Du bist ja auch schon hier. Wie hast du mich so schnell aufgeholt? Hallo? Ich bin einen anderen Weg gegangen. Wo ist hier die Kiste? Die Kiste ist wahrscheinlich irgendwo hier oben, Digga. Digga. Aber warte mal, ich will nochmal die Map hier kurz anschauen. Oh mein Gott. Digga, der hat den PC-Monitor mit Portal gemacht, dass das wie so ein Display aussieht. Dann das Bett einfach. Hier ist der Kleiderschrank. Das ist so cool. Wieso baut Hypixel sowas nicht? JumpScare. So. Okay, jetzt habe ich sechs Dias und du hast sechs Dias, ne? Ja. Okay, los geht's. Tschüss. Oh, es ist wieder so eine Spirale. Geil. Die sind aber nicht schwer. Aber die sind cool. Das ist der... Oh, ich habe den Dias. Yippie. Schnell weg von Hans Link. Schnell weg von Hans Link. Scammer get scammed. Oh ja. Oh, das Level ist so cool. Tschüss. Du musst diese Straße von der Bewegung her nachfolgen, weil sozusagen hier ein Nether-Portal ist, was genau dieselbe Form spiegelt und man muss ganz unten ins Nether teleportiert werden. Das ist so cool. Ach so. Junge, das ist ja übertrieben geil. Jetzt habe ich es gecheckt. Das ist so nice, Digga. Okay, das ist... Ich schaffe das gar nicht. Das ist voll schwer. Das ist auch... Das ist das schwerste Level eigentlich. Oh, ich habe es geschafft. Hier ist... Die Länge ist auch genau so lang, wie man ein Portal... Richtig. ...portalisiert wird. Du musst die Kurve der Straße nachfolgen und nachfahren und dann passt das eigentlich. Wo ist hier der Dias? Guck mal, geh mal hier auf die Druckplatte, dann kannst du das menschliche Herz sehen. Ich will hier raus. Ich will das nie wieder machen. Das war so gruselig. Was? Okay, jetzt langsam wird die Map hier zu komisch. Nein, die Map wird doch gar nicht komisch. Was redest du da? Das ist zu weird. Was redest du? Was ist? Was für weird. Mann, ich will das nicht... Wo die Wasserflaschen kamen, da war es mir schon zu viel. Ach du, was ist das denn? Again, go back. Again, go back. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Na hier. Wir haben jetzt hier das letzte Level und zwar... Let's go. Wo ist der Dias, wo ist der Dias, wo ist der dreckige Dias? Den kriegst du nicht. Wo ist der... Ah, ich hab ihn, ich hab ihn. Nein. Ich hab den Dias. Ich hab den Dias. Ich hab ihn gar nicht, ich hab dich gescannt, aber jetzt hab ich ihn. Ich hab gewonnen. Ich hab sieben Dias und du hast nur sechs. Ich hab auch sieben Dias, wir haben Munic. Nein, 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 nein. Niemals. Das ist crazy jetzt. Game over. Game over. Geil, Alter. Und hier können wir uns das nochmal zu den verschiedenen Metzeln importieren. Experimental Level. Oh. Oh, was? Wo ist denn das? Moment, hier gibt's noch einen Zusatz. Wo? Oh mein Gott. Da muss man... Okay. Oh. Okay. Ja, und? Was ist das jetzt hier? So ganz normal. Oh, okay. Hä, Mann? Also das sind Stripwires. Du hast mich einfach mitgeportet. Ach, schön. Es ist immer wieder schön, diese Web zu machen. Egal, wie viele Dias hast du jetzt? Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich hab acht. Ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, äh... Ich hab alle! Ich hab dafür zwei Stacks Goldäpfel. Ich habe dafür ein Bett und viel zu viele Wasserflaschen. Bro, guck dir das mal an. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Sachen wollt, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und zerbombt die Glocke. Tschüss. Und schreibt in die Kommentare, wer eigentlich gewonnen hat, weil Handicad 26 Fails. Ich hab nur acht. Tschüss.